Champions League-Finale gegen Real Jürgen Klopp steht kurz vor dem größten Triumph seiner Karriere. Am Samstag kann er mit dem FC Liverpool gegen Titelverteidiger Real Madrid die Champions League gewinnen. Es wäre nach zuletzt fünf verlorenen Endspielen sein erster Titel seit 2012, und der größte überhaupt im Vereinsfußball. Quelle, SIT Der FC Liverpool kämpft gegen Titelverteidiger Real Madrid um Europas Fußballthron. Und dem Team von Jürgen Klopp kann der große Triumph gelingen, unter einer Voraussetzung. Jürgen Klopp steht heute Abend, 20.45 Uhr, im Live-Decker bei TheOnline.de, gegen Real Madrid zum zweiten Mal in seiner Karriere im Endspiel der Champions League. Zum zweiten Mal gelang ihm der Finaleinzug mit einem vermeintlichen Außenseiter. Gelingt ihm dieses Mal der große Wurf? Noch lange nach dem verlorenen Endspiel von 2013, als Klopp mit Borussia Dortmund 1 Doppelpunkt 2 den Münchner Bayern unterlag, sprach er von jener Nacht als bitterste seiner Karriere. Dabei hatte Klopp mit dem BVB Großes erreicht, denn niemand hatte die Mannschaft damals wirklich auf dem Zettel. Die Parallelen zur laufenden Saison sind unübersehbar. Liverpool mag vielleicht über ein großes Bankkonto verfügen, aber ein Favorit waren die Nordengländer sicher nicht. Dafür fehlte ihnen schon vor und erst recht nach dem Abgang von Philippe Kuttenho ein richtiger Spielmacher im Mittelfeld. Und die Abwehr um der Gen-Lofren wirkt bis heute nicht sattelfest. Trotzdem gelang Klopp der Vorstoß bis ins Finale der Champions League. Er tat dies mit den für ihn bekannten Mitteln, Pressing und Umschalten. Um die eigene Abwehr zu schützen, feilte der 50-jährige Lange am Pressingverhalten seiner Spieler. Frühzeitig soll der Gegner unter Druck gesetzt werden, dies soll aber nicht kopflos geschehen. Anlaufbewegungen von den Außen, enges Zustellen in der Mitte und die eine oder andere Pressing-File machen Liverpool zu einem extrem unangenehmen Gegner. Liverpool gegen Real, so könnten die Teams im Finale auflaufen. Quelle, t-online.deweblinkegner Dies aber nur unter einer Voraussetzung, die Reds dürfen nicht selbst in die spielmachende Rolle gezwungen werden. Liverpool brilliert vor allem, wenn es als Unterdruck den noch größeren Gegnern ein Bein stellt. Bestes Beispiel war das Viertelfinale gegen Manchester City. Der englische Meister versuchte unter Trainer Pep Guardiola mit Ballbesitz und Ballsicherheit für Dominanz zu sorgen. Doch wie schon bei manchen Aufeinandertreffen zwischen den beiden Trainern in der Vergangenheit fand Klopp die richtige Antwort. City wirkte nicht so sicher im Spielaufbau wie sonst. Und Liverpool kam zu schnell angriffen. Diese Schnellangriffe waren natürlich nur möglich, weil Klopp über eine herausragende Angriffsreihe verfügt. Wie einst bei Dortmund gibt er seinen Stars in der Offensive eine gewisse Autonomie. Mohamed Salah und Co. bedanken sich mit vielen Toren und großartigen Leistungen. Auch im Champions-League-Finale wird es wieder auf den Ägypter und seine Nebenmänner Sadio Mane und Roto Firmino ankommen. Wenn Finalgegner Real Madrid in einem Punkt nicht nachsteht, dann ist es der Klang der Namen. Der amtierende Titelträger vereint mittlerweile die richtige Kombination aus Superstars, Cristiano Ronaldo, Gares Bale, Toni Kroos und funktionierenden Rollenspielern, Casemiro, Ischko, Marco Asensio. In der Liga lieferte die Mannschaft nicht immer überzeugende Leistungen ab, aber auf internationalem Parkett machte sich eine Abgebrütheit und das notwendige Quäntchen Glück bezahlt. Liverpool könnte sich jedoch als Albtraum entpuppen. Denn das hohe Pressing von Klopps Team trifft unter Umständen einen wunden Punkt bei den Madridinnen, die ungern unter Druck gesetzt werden und lieber selbst den Druck gegen den Ball ausüben. Allerdings verfügt Sine Dene Zidane mit Toni Kroos und Luge Modric über zwei sehr ballsichere Spielmacher, auf die es gegen Liverpool ankommen wird. Vor fünf Jahren brillierten Bastien Schweinsteiger und Javi Martinitz in Diensten des FC Bayern und waren entscheidend am Sigg über Klopp beteiligt. Im für den 50-jährigen schlimmsten Fall wiederholt sich dieses Szenario. Liebe Leserinnen und Leser, in Kürze werden wir unsere Community grundlegend neu gestalten. Wir wollen den Kontakt zu Ihnen vertiefen. Die Redaktion wird im Kommentarbereich aktiver sein, sodass Sie auch mit Redakteuren diskutieren können. Ab dem 29. Mai werden die bisherigen Community-Funktionen nicht mehr zur Verfügung stehen. Nach einer Pause von wenigen Tagen freuen wir uns darauf, Sie in unserer neuen Community begrüßen zu dürfen. Einen Überblick über die neuen Funktionen erhalten Sie hier. Leider wird es nicht möglich sein, alte Accounts und Kommentare zu übernehmen. Alle bisherigen Daten werden gelöscht. Punkt das Community Team.